In Regensburg agiert das Unternehmen für Immobilienwirtschaft unter der Leitung von Christian Dischinger bereits seit über 20 Jahren erfolgreich. Als gelernter Immobilienkaufmann, Immobilienwirt, Immobilienfachwirt und ausgebildeter Sachverständiger verfügt Firmengründer Christian Dischinger über umfassende Erfahrung, die für die erfolgreiche Abwicklung vielfältiger Immobilienprojekte unerlässlich ist. Sein fundiertes Fachwissen wird ergänzt durch einen tief verwurzelten regionalen Bezug sowie profunde Kenntnisse der Standortvorteile der Regensburger Umgebung. Im Rahmen einer individuellen Beratung bietet Christian Dischinger Ihnen nicht nur Einblicke in potenzielle Zielgruppen, sondern auch in Immobilien, die optimal zu Ihren Planungen passen könnten. Diese persönliche Betreuung gewährleistet, dass Ihre Immobilienziele effektiv und zielgerichtet umgesetzt werden können.